Jetzt im Wald sah Königin Yardis total verändert aus. Sie war viel blasser als zuvor, so blass, dass von ihrer Schönheit fast nichts mehr zu sehen war. Sie stand vorn übergebeugt und schien kaum noch Luft zu kriegen. Jetzt hatten die beiden überhaupt keine Angst mehr vor ihr. »Lassen Sie mich los! Lassen Sie mein Haar los!«, befahl Polly. »Was soll denn das?« »Hey, lassen Sie sofort Polly's Haar los! Sofort!«, befahl Diggory. Beide drehten sich um und begannen mit der Königin zu raufen. Jetzt waren die Kinder stärker und schon bald musste Yardis loslassen. Keuchend taumelte sie zurück. In ihren Augen lag panische Angst. »Schnell, Diggory!«, rief Polly. »Wir müssen die Ringe wechseln und in den Teich springen, der nach Hause führt!« »Hilfe! Hilfe! Gnade!«, flehte die Königin mit schwacher Stimme und kam hinter ihnen hergetaumelt. »Nehmt mich mit! Ihr könnt mich doch nicht an diesem grässlichen Ort zurücklassen! Herr, bringt mich um!« »Hier geht es um staatspolitische Hintergründe!«, sagte Polly gehässig. »So wie damals, als Sie all die Leute in Ihrer eigenen Welt umgebracht haben! Nun beeil dich doch, Diggory!« Sie hatten schon ihre grünen Ringe angesteckt. Doch Diggory zögerte noch. »Oje, was sollen wir nur machen?« Trotz allem hatte er ein bisschen Mitleid mit der Königin. »Stell dich doch nicht so idiotisch an!«, sagte Polly. »Ich wette, die tut nur so. Nun komm schon!« Und dann hüpften sie beide in den Teich, der zurückführte in ihre eigene Welt. »Wie gut, dass wir ihn markiert haben!«, überlegte sich Polly. Doch schon beim Hineinspringen spürte Diggory, wie ihn ein großer, kalter Finger und ein Daumen am Ohrläppchen packten. Und der Griff wurde immer fester, während sie niedersankten und die undeutlichen Formen unserer eigenen Welt langsam wieder auftauchten. Offensichtlich schöpfte die Hexe neue Kraft. Diggory wehrte sich und trat nach ihr, doch damit richtete er gar nichts aus. Kurz darauf waren sie in Onkel Andrews Arbeitszimmer angelangt. Und da stand auch Onkel Andrew und starrte die herrliche Kreatur an, die Diggory von jenseits dieser Welt mitgebracht hatte. Und da gab es auch einiges zu starren. Sogar Diggory und Polly rissen die Augen auf. Die Hexe hatte ihren Schwächeanfall überwunden, daran gab es keinen Zweifel. Und jetzt, wenn man sie in unserer eigenen Welt betrachtete, umgeben von ganz gewöhnlichen Dingen, da war sie atemberaubend. Schon in Scharn hatte sie sehr beeindruckend gewirkt. Hier in London sah sie furchterregend aus. Erstens einmal war den beiden Kindern bisher nicht so recht klar geworden, wie schrecklich groß sie war. Fast unmenschlich, dachte Diggory, als er sie ansah. Vielleicht hatte er damit sogar recht. Denn manche behaupten in den Adern der königlichen Familie von Scharn Flöße Riesenblut. Aber ihre Größe war noch gar nichts, verglichen mit ihrer Schönheit, ihrem Ungestüm und ihrer Wildheit. Sie sah zehnmal lebendiger aus als die meisten Bewohner Londons. Onkel Andrew verbeugte sich und rieb sich die Hände und ehrlich gesagt sah er außerordentlich eingeschüchtert aus. Neben der Hexe wirkte er wie ein winziger Wicht. Und doch bestand zwischen seinem Gesicht und dem der Hexe eine gewisse Ähnlichkeit, wie Polly später sagte. Es war ein gewisser Ausdruck, der allen bösen Zauberern eigen ist. Das Zeichen, von dem Jades gesagt hatte, sie könne es in Diggory's Gesicht nicht finden. Ein Gutes hatte es ja, die beiden zusammenzusehen. Jetzt brauchten Diggory und Polly keine Angst mehr zu haben vor Onkel Andrew, so wie man sich vor keinem Wurm fürchtet, wenn man erst mal eine Klapperschlange gesehen hat und vor keiner Kuh, nachdem man einem wilden Bullen begegnet ist. Puh, dachte Diggory, der will Zauberer sein? Verglichen mit dieser Hexe kann er einpacken. Onkel Andrew rieb sich immer noch die Hände und verbeugte sich. Er mühte sich, etwas außerordentlich Höfliches zu sagen, doch er bekam nichts heraus, weil sein Mund so ausgetrocknet war. Sein Experiment mit den Ringen hatte offensichtlich mehr Erfolg gehabt, als ihm lieb war. Zwar hatte er seit Jahren mit der Zauberei herumgespielt, doch alle Gefahren hatte er immer so weit wie möglich anderen überlassen, so etwas wie jetzt war ihm noch nie zugestoßen. Nun ergriff Jades das Wort. Sie sprach nicht allzu laut, doch in ihrer Stimme lag etwas, das den ganzen Raum zum Erbeben brachte. Wo ist der Zauberer, der mich hierher gerufen hat, in diese Welt? Ah, ah, werte Dame, keuchte Onkel Andrew. Ich fühle mich außerordentlich geehrt. Hoch erfreut, ein unerwartetes Vergnügen. Hätte ich nur Gelegenheit gehabt, Vorbereitungen zu treffen. Ich… Wo ist der Zauberer, du Narr? fragte Jades. Ich… Ich bin es, werte Dame. Ich hoffe, Sie verzeihen. Jeet wie der eigenhändige Entscheidung dieser ungezogenen Kinder. Ich versichere Ihnen, es war nicht beabsichtigt… Du? rief die Königin mit einer noch schrecklicheren Stimme. Dann durchquerte sie mit einem Schritt den Raum, packte Onkel Andrew an seinem grauen Haar und riss ihm den Kopf zurück, damit sie hinuntersehen konnte in sein Gesicht. Sie betrachtete es genau, so wie sie zuvor im Palast von Charm Diggory's Gesicht betrachtet hatte. Onkel Andrew blinzelte nervös und fuhr sich unentwegt mit der Zunge über die Lippen. Endlich ließ sie ihn wieder los, und zwar so plötzlich, dass er rückwärts gegen die Wand taumelte. Ich sehe, dass du tatsächlich so etwas Ähnliches bist wie ein Zauberer, sagte sie dann voller Zorn. Steh gerade, du Hund! Und lümmle nicht herum, als sprichst du mit deinesgleichen. Wie kommt es, dass du die Magie beherrschst? Du bist nicht von königlichem Geblüht, da bin ich ganz sicher. Nun, vielleicht nicht im wahrsten Sinn des Wortes, stammelte Onkel Andrew. Von königlicher Abstammung bin ich nicht gerade, werte Dame. Doch die Katterleys sind eine sehr alte Familie. Eine alte Familie aus Dorsetscher, werte Dame. Gib Ruhe, befall die Hexe. Ich sehe, was du bist. Du bist ein kleiner, unbedeutender Zauberer, der sich nach Regeln und nach Büchern richtet. Die wahre Magie fließt nicht in deinem Blut, noch trägst du sie im Herzen. Die Leute deines Schlages wurden in meiner Welt schon vor tausend Jahren beseitigt. Doch hier werde ich dir gestatten, mein Diener zu sein. Ich wäre überglücklich. Entzückt wäre ich, ihnen zu Diensten zu sein. Es ist mir ein Vergnügen, das versichere ich ihnen. Gib Ruhe. Du redest zu viel. Hör zu. Ich werde dir meinen ersten Auftrag erteilen. Ich sehe, dass wir uns in einer großen Stadt befinden. Du beschaffst mir jetzt sofort eine Kutsche oder einen fliegenden Teppich oder einen wohldressierten Drachen oder was in deinem Land auch immer schicklich sein mag für Leute von königlichem und edlem Stand. Und dann bringst du mich dorthin, wo ich meiner Stellung angemessene Kleider und Juwelen und Sklaven bekomme. Morgen werde ich damit beginnen, diese Welt zu erobern. Oh, ich, ich, ich gehe sofort und besorge eine Droschke, keuchte Onkel Andrew. Halt, sagte die Hexe, gerade als er an der Tür angelangt war. Lass es dir nicht einfallen, Verrat an mir zu üben? Meine Augen sehen durch jede Mauer und in jedes menschliche Gehirn. Sie werden auf dir ruhen, wo immer du stehst und gehst. Beim ersten Anzeichen von Ungehorsam werde ich dir einen Zauber auferlegen, sodass sich jeder Gegenstand, auf den du dich setzt, wie glühender Stahl anfühlen wird. Und wenn du dich ins Bett legst, werden deine Füße unsichtbarer Eisklumpen berühren. Und jetzt geh. Der alte Mann ging hinaus. Er sah aus wie ein Hund, der den Schwanz zwischen die Beine klemmt. Die Kinder hatten Angst, Jades wolle sie dafür, was sich kurz zuvor im Wald zugetragen hatte, zur Rechenschaft ziehen. Das tat sie jedoch nicht, weder jetzt noch später. Vermutlich war ihr Geist so geartet, dass sie den stillen Ort ganz vergessen hatte. Und wie oft man sie auch hinbringen mochte und wie lange sie dort verweilte, so würde sie doch diesen Ort niemals im Sinn behalten. Die beiden beachtete sie nicht, jetzt, wo sie mit ihnen allein war. Das sah ihr ganz ähnlich. In Charren hatte sie Polly bis ganz zum Schluss keinerlei Beachtung geschenkt, weil es Diggory war, den sie benutzen wollte. Jetzt, wo sie Onkel Andrew hatte, war Diggory völlig vergessen. So ist es vermutlich bei den meisten Hexen. Sie interessieren sich nur für Dinge oder Menschen, die ihnen etwas einbringen. Sie sind sehr praktisch veranlagt. Ein paar Minuten lang herrschte also Stille im Raum. Doch daran, wie Jades mit der Fußspitze auf den Boden klopfte, konnte man ablesen, dass sie langsam ungeduldig wurde. Nach einem Weilchen sagte sie mehr zu sich selbst als zu den Kindern, was treibt der alte Narr denn bloß? Ich hätte eine Peitsche mitbringen sollen. Ohne den Kindern einen Blick zu schenken, verließ sie das Zimmer und folgte ihm nach. »Poch«, seufzte Polly erleichtert. »Und jetzt muss ich heim. Es ist schon schrecklich spät. Bestimmt bekomme ich Schelte.« »Aber du musst wiederkommen, so schnell du nur kannst«, befahl Diggory. »Es ist absolut grauenhaft, dass diese Hexe mit hierher gekommen ist. Wir müssen einen Plan machen.« »Darum muss du...« »Verdammt, du kannst mich doch nicht in so einem Schlamassel allein sitzen lassen.« »Ich gehe durch den Tunnel nach Hause«, erwiderte Polly ziemlich kühl. »Das ist am schnellsten. Meinst du nicht, du müsstest dich erst mal entschuldigen, wenn du willst, dass ich wiederkomme?« »Entschuldigen?«, rief Diggory. »Also das ist wieder ganz typisch Mädchen. Was habe ich denn getan?« »Och, gar nichts natürlich«, entgegnete Polly höhnisch. »Nur das Handgelenk hast du mir fast abgerissen in der Halle mit den Wachsfiguren, wie ein Feigling, der meint, er muss seine Kraft beweisen. Und die Glocke hast du geläutet wie ein kompletter Vollidiot. Und im Wald hast du gezögert, damit die Hexe dich packen konnte, bevor wir in den Teich hüpften. Sonst gar nichts.« »Oh«, meinte Diggory äußerst überrascht. »Na gut, ich entschuldige mich hiermit. Und es tut mir wirklich leid, was in der Halle mit den Wachsfiguren passiert ist. So, jetzt habe ich mich also entschuldigt. Und nun sei so gut und komm wieder. Wenn du mich im Stich lässt, dann sitze ich ganz schön in der Tinte.« »Ich weiß gar nicht, was dir passieren soll. Es ist doch dein Onkel, der auf glühend heißen Stühlen sitzt und Eisklumpen im Bett hat, oder nicht?« »Das ist es nicht«, sagte Diggory. »Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Nimm mal an, dieses Weib geht zu ihr ins Zimmer. Sie jagt meiner Mutter vielleicht einen solchen Schreck ein, dass sie stirbt.« »Oh, jetzt verstehe ich, was du meinst«, sagte Polly. Ihre Stimme klang plötzlich ganz anders. »Na gut, dann wollen wir uns wieder vertragen. Ich komme also wieder, wenn ich kann. Aber jetzt muss ich gehen.« Sie kroch durch die kleine Tür hinaus in den Tunnel. Jetzt kam ihr der dunkle Gang, der ihnen doch vor ein paar Stunden so aufregend und abenteuerlich erschienen war, völlig ungefährlich und fast gemütlich vor. Nun müssen wir uns wieder Onkel Andrew zuwenden. Sein armes, altes Herz schlug rasend schnell, während er die Treppe hinunter stolperte. Unterwegs tupfte er sich ständig mit dem Taschentuch die Stirn. Als er ein Stockwerk tiefer in seinem Schlafzimmer angelangt war, schloss er die Tür hinter sich zu und stöberte als allererstes in seinem Schrank herum, um eine Flasche und ein Weinglas hervorzuholen, die er immer hier versteckt hielt, damit Tante Lettie sie nicht fand. Er füllte das Glas mit so einem ekelhaften Zeug, wie es die Erwachsenen trinken, und stürzte es in einem einzigen Zug hinunter. Dann atmete er tief ein. Ach du lieber Gott, sagte er zu sich, ich bin völlig durcheinander, ganz außer mir bin ich, und das in meinem Alter. Er schenkte sich ein zweites Glas ein, trank es aus, und dann begann er sich umzuziehen. Solche Kleider, wie er sie jetzt anzog, habt ihr noch nie gesehen, aber ich kann mich gerade noch daran erinnern. Er legte sich einen überaus hohen, glänzenden, steifen Kragen um, der so geartet war, dass man ständig das Kinn hochrecken musste. Dann zog er noch eine weiße Weste an mit einem Muster darauf und legte seine goldene Uhrenkette darüber zurecht. Er schlüpfte in sein bestes langschößiges Jackett, das er sonst nur zu Hochzeiten und zu Beerdigungen trug. Als nächstes holte er seinen höchsten Zylinder und bürstete ihn sorgsam. Auf seine Kommode hatte Tante Lettie eine Vase mit Blumen gestellt. Davon nahm er sich eine und steckte sie in sein Knopfloch. Aus der linken Kommodenschublade holte er sich ein sauberes, ganz wunderschönes Taschentuch, wie man es heutzutage gar nicht mehr kaufen kann, und spritzte ein paar Tropfen Duftwasser darauf. Dann klemmte er sich das Monokel mit dem dicken schwarzen Band ins Auge und betrachtete sich im Spiegel.